So, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade dabei mit dem Refsidecraft, um den Minmus zu trudeln und dabei versuchen, irgendwie die Atlantis abzupassen. Ich kam jetzt drauf, bevor ich versuche, die Umdrehungsrichtung zu ändern, indem wir das ganze Ding kippen, bremse ich es lieber auf 0 und beschleunige in die andere Richtung. Problem erledigt. Das werden wir jetzt machen. Und zwar natürlich an der Apoebsis, da haben wir die kleinste Geschwindigkeit, da glaube ich, tun wir uns am leichtesten nur mit. So. Das ist hier. Und wir sind natürlich gut beraten, das möglichst genau auf der Apoebsis zu machen. Insofern die Autonavigation mal ein bisschen mitspielen würde. So. Okay. Und Vollgas. Schön an der Stelle bleiben. Und ein bisschen bremsen. Nicht übertreiben. Okay. Ich glaube, das sieht gut aus. Dann werden wir jetzt an der Stelle hier. Jetzt haben wir immer in die Drehrichtung angepasst. Jetzt werden wir an der Stelle so drehen. Und etwas bremsen. Müssen wir nicht so viel... Wow. Was für verrückte Nodes hier. Mehr da lang. Mehr bremsen. Okay, warten wir, bis wir da sind. Okay. Jetzt drehen wir es praktisch wieder zurück. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere gestrichelte Linie praktisch auf unsere gelbe bekommen. Das ist überraschend schwierig hier ist gerade. Komm jetzt. Na? So, jetzt sind wir aber zu kurz geraten. Beschleunige noch ein bisschen. Wenn wir das uneffizient machen, verschwenden wir unglaublich viel Fuel, unnötigerweise. So. Das wird es tun. Gut. So, machen wir das. Dann... Das ist ein 3-Sekunden-Burn. Ein 3-Sekunden-Burn. Und zwar in 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute langs runter bremsen. So. Mal schauen, dass ich das gute Craft hier ausgerichtet bekomme. So, 18 Sekunden haben wir noch bis zum Burn. 15, 14, 13. Und... So. Okay, wir sind ausgerichtet. Fangen wir mal dezent an. Wir müssen ja nicht immer Vollgas burnen. So. Und wieder runter bremsen. Stopp. Wie sieht es aus? Uff. Naja. Okay. Also. Atlantis ist vor uns. Deswegen werden wir gut beraten, nicht zu beschleunigen, obwohl es eigentlich intuitiv wäre, sondern zu bremsen. Weil wenn wir bremsen, sind wir näher an Minmus und drehen und sozusagen schneller um den Planeten. Und dann holen wir die Atlantis schnellstmöglich ein, ohne jetzt unnötig in der Gegend rum zu tüppeln. So. Insofern das Craft sich mal ausrichten würde. Kann sich nur um Stunden handeln, keine Panik. Aber wir haben es geschafft. Also. Bremsung einleiten. Und stopp. Das reicht. So. Okay. Zentrieren wir mal bitte auf Minmus. Und los geht's. Einholmanöver startet. Aha. Ich glaube, ein, zwei Umdrehungen noch und dann haben wir sie. Aha. Okay. Da haben wir einen wunderschönen Intersect kreiert. Wenn wir hier ein minimales bisschen beschleunigen. Wie groß ist der Intersect? Zehn Kilometer. Zehn Kilometer ist gar nicht so schlecht. Krieg ich... Kann man den Intersect nicht dauerhaft anzeigen lassen? Ich habe meine Maus irgendwie verbubbelt. Nein, anscheinend nicht. Ah. Zehn koma fünf. Zehn koma drei. Ah. Das ist das Beste, was wir hinkriegen. So. Also gut. Also das ist ein Burn von ungefähr einer zehntel Sekunde. 0,3 Meter pro Sekunde. Das ist... Das kann ich mit dem ACS machen, wenn ich will. Aber ich will nicht. So. Allein durch das Drehen werde ich diese Änderung der Geschwindigkeit wahrscheinlich erreichen. Okay. In einer Minute ist es soweit. Mal schauen, dass wir das irgendwie ausgerichtet bekommen. So. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Okay. Eine Minute zehn. 30 Sekunden. Wir sind noch nicht ausgerichtet. Nächste Mal kommt die Action Reels drauf. Es dreht sich ja unglaublich. Die Station. Die Atlantis dreht sich ja besser als das kleine Craft hier. Okay. Ein minimales Schübchen. Wie sieht's aus? Acht Kilometer. Check. Keep. Nehme ich. Los geht's. Ab zum Intersect. Machen wir einen Quicksale, falls was schief geht. Und da kommen wir. Da kommen wir. Da kommen wir. Da kommen wir. Sehen wir sie schon? Da oben ist sie. Wir haben ein Intersect von acht Kilometern. Habe ich den Intersect verpasst? Nein, wir sind bei fünf Kilometer. Hoho. Oh. Also. Fünf Kilometer und nähern wir uns oder entfernen wir uns gerade? Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber wir beschleunigen mal in die Richtung der Atlantis. Da oben ist sie. Direkt drauf beschleunigen. Los geht's. Okay, wir nähern uns. Fünf Komma sechs. Fünf. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Quatsch. Vier. Okay. Drei Kilometer Entfernung. Wie sieht's mit dem... Also Monopropan haben wir, glaube ich, noch genug, das... Können wir durchaus nutzen, um uns zu drehen. So. Ne, eigentlich sollten wir uns Retrograde zu unserem Motor-Bewegungsrichtung ausrichten. Sonst werden wir jetzt von der Atlantis wieder entfernen. Fürchte ich fast. Oh, es dreht sich so mega lahm. Los, mir Marcius helfen. Los. Drehen, drehen, drehen. So. Ich glaube, wir... Über drei werden wir nicht näher kommen. Ne. Sondern würde ich sagen, bremsen wir mal. So. 1,6 Meter im Verhältnis zu Atlantis. Okay. So. Jetzt sind wir bei Null. Jetzt stehen wir. Aber wir wollen natürlich nicht stehen und sich aus der Ferne betrachten. Wir sind ja nicht Lennart. Wir wollen Richtung Atlantis gehen. Ich hätte die... Ich hätte die Atlantis lieber Penny nennen sollen. Komm, 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 komm. So. Nehmen wir mal eine Geschwindigkeit von... 15 Meter pro Sekunde soll reichen. Okay. So, wie sieht es mit dem Fuel in den seitlichen Tanks aus? Hm, 12 Liter noch. So, Atlantis. Natürlich voll im Gegenlicht. Ich sehe gar nichts. Nicht so weit raus, dass man die Atlantis sieht? Ah, ja, da ist sie. Da treibt sich. Oh, wir nähern uns ganz schön dolle. Wo sind wir? Wir sind da hinten, ne? Ja, wir sind dieser kleine Punkt hier. Oh, ja. So, das erste Docking-Manöver in diesem Karriere-Modus. Und das mit einem Ziegelstein von Schiff. Und einer Station, die sich überhaupt nicht steuern lässt. Was kann da nur schief gehen? Also gut. So. Wir kommen mit dem Hintern zuerst. So, 300 Meter Entfernung. Wir werden warten, bis wir in der Nähe sind. Da ist sie, Atlantis. So, da kommt die. Er schießt die gerade an uns vorbei. Und. Bremsen. Okay. Relative Geschwindigkeit zu Atlantis. 3,2 Meter pro Sekunde. Bisschen übertrieben mit dem Bremsen. Das ist kein großes Drama. Retrograde ausrichten, please. Los, 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 los. Was macht das? Fuelzer in den Tanks. 7 Liter noch. In den zusätzlichen Tanks, sagen wir mal so. Okay. Alles gut. Ich übertreiben. So. Okay. In ein bisschen Richtung Atlantis. Los, 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 los. Ein Meter pro Sekunde. Da brauchen wir drei Minuten, bis wir dort sind. So. So ist gut. Okay. Sechs Liter noch in den zusätzlichen Tanks. Dann würde ich mal sagen, Atlantis. We are coming. Schön mit dem Mond. Mit Minus im Hintergrund. Oh ja. Das wird gut. Das wird funktionieren. So. Also gut. Atlantis, Atlantis, Atlantis. Da ist es. Gut, dass ich die Lichter angelassen habe. Da sieht man sie deutlich besser vor dem Hintergrund. Oh Gott. Diese Drehungen. Nächstes Mal muss unbedingt Reaction Meals drauf. Alles was docken muss, braucht unbedingt Reaction Meals. Und sonst würde man da ja mischugge. Wir nähern uns sogar noch immer ein bisschen theoretisch. Und wir entfernen uns. So. Bitte die Geschwindigkeit killen. So. Okay. Ah, das ist der Hintern. Wir zeigen zum Hintern der Atlantis. Wir wollen da aber nach vorne. Okay. Wo ist denn jetzt unser Target? Komm jetzt. Da ist das Target. Da. Da wollen wir rüber. Wie viel Monoprop haben wir braucht? Zehn Monoprop haben wir bisher verbraucht. Kein großes Drama. Alles gut. So. Ah, ein bisschen näher kommen. So. Wow, shit. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe mich verdrückt. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht reinrasen wie der letzte Henker. eigentlich wäre es mir lieber von der anderen Seite zu kommen. Nicht auf der Schattenseite hier rum zu manövrieren. Da ist nämlich der kleine Docking-Port hier vorne, an den ich ran will. So, das ist doch mal ein Anblick, ha? Komm schon. Okay. So. Hier, diesen Docking-Port sette ich als Target. Gut. Und den Docking-Port vorne bei uns. Machen wir Control from here. So. Okidoki. Dann machen wir meinen Autopiloten aus. Das steuern wir lieber selber. So. Okay. RCS an. Okay, das ist hoch. Okay. Los, da lang. Okay. Los, 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 los. Darüber wollen wir. Vielleicht beschleunigen wir noch ein bisschen. Wenn wir gerade dabei sind, können wir diese Engines hier ausschalten. Dann können wir ein bisschen... Können wir ein bisschen genauer manövrieren. Und, 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 und. Da ist es, da ist es, da ist es. Los, doch an, doch an, doch an, doch an, doch an. Dock an. Okay, Esser ist aus. Was ist hier jetzt aus? Wir lassen ihn jetzt allein, ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, ich vertraue den Docking-Notes. Ich habe alles ausgemacht. Kommt schon. Kommt schon. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Nein, 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 nein ich weiß nicht ob ich helfe oder ob ich schlimm mache wenn ich jetzt mit dem ACS rumfusche ich drehe mich ja hier nur seit ungefähr 8 Stunden jetzt doch endlich machen wir das SRS kurz mal wieder an so das erste ein bisschen zum stabilisieren okay jetzt auch yes endlich um Gottes Willen hat ja bloß 300 Stunden gedauert also gut haben wir das Stocking endlich geschafft also der Plan sieht jetzt so aus wir entnehmen den Fuel Tanks den Sprit den sie nicht mehr brauchen also den hier und dem hier den füllen wir mal sagen wir mal da rein so ist ja nicht übertrieben viel was da so reinpasst okay damit sind die beiden leer dann nehmen wir den hier und den hier Moment wo haben wir den gerade eingefüllt den da oben da hinten ja in den gegenüberliegenden Tank kommt dann dieser Saft rein ja immerhin das ist ein bisschen was so 300 Liter 360 Liter auf jeder Seite das sind über 700 Liter ist ganz gut okay so jetzt ist der verbliebene Plan so dass wir diese Science Experiments jetzt hier anmachen Start Experiment Start Experiment und hier Start Experiment und wir starten den hier und wir starten den hier und ah ja jetzt haben wir erst den Haken bekommen zu Launch New Experiment und jetzt machen wir die Experimente hier im Orbit und dann sollten wir soweit sein hm sollen wir die die hier abspringen ich hab Angst dass wenn wir sie jetzt abspringen die uns in die Solarzellen reinschießen also gut aber was soll's wir machen so wir machen die Solarzellen mal zu naja jetzt geht unser Electric Charge scheint stark den Bach runter aber was soll's äh die Kappe ist noch leer oder? ja ne Quatsch da ist sogar noch Fuel drin so Problem erledigt jetzt ist leer so schnell 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 und tschüss okay Solarpanel wieder auf wir brauchen wieder neues Electric Charge es wird leer es wird leer es wird leer okay haben sie aufgehört zur Arbeit? Start Research ja okay so jetzt sind sie wieder am Arbeiten alles gut so aber es sah nicht so aus als würden wir Gefahr laufen dass die auf die Solarpaneele krachen dann können wir es mal ohne versuchen also hier die Kappe ist der auch leer? ja wir strapazieren hier die Docking Node ganz schön ich weiß und die Kappe so da treiben sie alle davon he he okay jetzt machen wir hier die Forschung die Forschung läuft Start Research okay alles gut die da hinten sind raus oder? ja die da hinten sind raus alles gut und dann warten wir jetzt bis zum nächsten Mal bis das ganze Ding genug Science gemacht hat und wie die Science Experiments Fini zu Ende bringen können das machen wir jetzt Klick das geht bei dem immer recht gut und dann ist es Zeit damit nach Hause zu fliegen und eineinhalb Millionen Tacken einzugreifen oh yeah und dann haben wir sogar noch eins drauf hier hinten damit werden wir Low Orbit machen das ist momentan glaube ich High Orbit in Space over ist das Plancode High over Minos ja genau okay so gut ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin viel Spaß noch bis dahin 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 Vielen Dank.